Guten Morgen von der Burg. Ich möchte euch heute erzählen, warum es fünf Gründe, warum der KI Impact Workshop einfach eine ganz geniale Sache wird. Nummer eins. Die Künstliche Intelligenz ist hier und die wird auch immer besser. Also so man sagt, Kapazitäten verdoppeln sich alle sechs Monate. Das heißt, die Welle der Veränderung, die schon auf uns einbricht, wird sich sogar noch schneller werden. Das heißt, dass man auch Strukturen im eigenen Leben als auch im Unternehmen aufbauen muss, damit man diese Welle reiten kann. Eins der Dinge, die wir gemacht haben, ist, dass es eben diese KI Impact Gruppe auf LinkedIn gibt, wo man eben Sachen postet und wir uns austauschen über was die Veränderungen sind. Und das zweite ist eben diese KI Impact Workshop, wo man dann wirklich praxisnah etwas mit diesen Tools macht und sieht, wie wir die vorantreiben können. Nummer zwei ist, dass der Strom hat unsere Muskelkraft erweitert und Künstliche Intelligenz erweitert unsere Gehirnkraft. Ich finde es immer witzig, wenn ich mit Leuten mich unterhalte und sage, über Künstliche Intelligenz und die sagen, ja, ja, da haben wir eine Abteilung, die IT macht das bei uns, die kümmern sich darum. Aber es ist ja so, dass eben die Künstliche Intelligenz uns alle, in was wir tun, helfen kann. Das geht noch nicht überall, aber man sollte immer die Künstliche Intelligenz mit am Tisch haben, wenn man irgendwelche Dinge tut, wenn man arbeitet und und und. Weil es neue Einblicke geben kann und viele Dinge funktionieren noch nicht. Aber das ist auch gut zu wissen und dann kann man in drei Monaten noch mal versuchen, oh, plötzlich funktioniert das. So, Nummer drei, Praxisorientierung. Wir sind super begeistert, dass wir eben, bringt eure Anwendungen, eure Probleme, eure Use Cases mit in den Workshop und wir werden die dann gemeinsam zu lösen versuchen. Und das ist das beste Möglichkeit, um zu lernen, indem man eben seine eigenen Probleme löst. Und es ist eben auch eine geniale weitere Lernumgebung, dass du da mit 14 anderen Leuten im Raum sitzt, die eben auch an ihren Problemen arbeiten und dann sagen, ah, das ist ja interessant, habe ich noch nie gedacht. So zum Beispiel heute Morgen dachte ich, hm, was könnte ein ChatGPT, also trainiert werden für Schramberg selber, für Tourismus oder für die Geschichte? Und es ist mir eingefallen, es gibt doch die Creds, seit über 40 Jahren, jedes Jahr kommt mindestens eine Ausgabe raus. Man könnte das doch digitalisieren und eben in ChatGPT eingeben für eine Geschichts-ChatGPT, um, ja, hier oben auf der Burg würde ich gerne wissen, was für Gruselgeschichten es gibt, weil wir hier oben unser Jagenstreffen haben und dann, äh, an Halloween können wir ja echte Gruselgeschichten von, von der Burg erzählen. Das wäre doch witzig. Äh, und genau solche Sachen kommen natürlich rüber, wenn du mit 14 anderen aus dem Raum Schramberg in einem Raum sitzt und eben die KI einsetzt und siehst, wie weit du das, ähm, nehmen kannst. Und genau das ist es eben auch, Networking, dass du andere kennenlernst und, äh, dort auch über den Workshop hinaus oder über die Künstliche Intelligenz hinaus hoffentlich Innovationen, äh, daraus entstehen. Das ist, und ein weiterer Grund ist, dass wir eben auch Experten aus, äh, Silicon Valley mit, mit reinbringen werden. Zum Beispiel der Mario Herger ist ein Freund von mir, der, äh, mehrere Bücher über, äh, die Künstliche Intelligenz geschrieben hat, der eben in Silicon Valley lebt und, äh, letzte Woche wieder eine ganze Gruppe von mittelständischen, äh, Unternehmern durch Silicon Valley geführt hat. Dadurch hat er also wirklich den Puls noch viel, viel näher an, was dort passiert und, äh, das werden ganz, ganz tolle, äh, Interaktionen sein. Wir hoffen sogar, dass er vielleicht in, in, in Person da sei, äh, da ist, denn er ist öfters hier, hier in Deutschland. Also, und es wird ohne Ende, äh, Spaß machen. Also, äh, ihr, äh, ihr, äh, ihr, äh, und auch eure Unternehmen, wenn ihr an unserem KI-Impact-Workshop teilnehmt. Also, äh, bitte diese, äh, Anmeldeformular ausfüllen und dann mitmachen. Wird super, super cool. Freue mich drauf. Wird super, super cool.